Soll ich den hier essen, den Salat? Ja, wie du magst, wie du kannst. Ich muss den nicht hier vorne essen, weil ich kann nicht unbeaufsichtigt lassen hier so. Ich muss das schon beaufsichtigen. Hm? Ich muss das hier schon beaufsichtigen. Ja, dann hol dir das denn. Das verbrennt hier alles. Das geht ja auch nicht. Wolltest du denn auch was von diesem Fleisch haben? Ja. Im Prinzip sind schon ein paar Stücken fertig. Das ist das Sojafleisch, ne? Oder irgendwas. Willst du davon was haben? Ich hab hier ja einen Teller dahingestellt, da kann man es ja drauf machen. Ja, wenn ich es drauf mache, dann kürzt es dann irgendwie aus. Oder wie? Wolltest du es jetzt abholen, oder wie soll ich es machen? Ist ja gerade im Salat. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich es halt noch mal da drauf oder? Ich bekomme heute hin. Was! Ich hab mich gerade vorbereitend. Ich hab hier Computer. Ich hab hier gew plate Bouffer … Ok. Tömer. Und wann hat sieiam mit Blitzwadzi Und das kann ich nehmen oder ist da noch was werden? Ja, wo mache ich denn dann noch was rauf und noch auswärtses? Dann bringe ich dir den Teller wieder. Wie willst du dann? Zwei oder drei? Zwei. Das geht halt so schnell, ist doch klar. Also alles was wir zu grillen haben? Ich habe hier noch ein paar Würstchen, kleine. Die muss man jetzt nicht gleich drauf machen. Guck mal später noch. Was ist denn? Ja. 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 Ja.